Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen Kosmetik-Verlässe-Haul. Und wenn du Bock drauf hast, meine Neuzugänge mal mit mir zusammen durchzugehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, einen Teil habe ich zugeschickt bekommen, einen Teil habe ich mir selber gekauft. Also vor allem die dekorative Kosmetik habe ich mir selber gekauft und das ist teilweise auch schon echt lange her. Ja, ich wollte es euch aber jetzt endlich mal zeigen und dann packe ich das einfach mal zusammen. Mit dem, was ich halt auch in PR bekommen habe von Kosmetik-Verlässe. Ja, dieses Video entsteht auch in Kooperation und in Zusammenarbeit in dem Sinne mit Kosmetik-Verlässe. Ich glaube, die Kamera ist schon wieder schief. Es tut mir so leid, Leute. Es sieht teilweise auch einfach nur schief aus. Huch, aber es ist dann gar nicht so schief. Egal, ich glaube, so könnte es funktionieren. Ja, also teilweise, wie gesagt, ihr seht es auch gleich, sind die Sachen sogar so alt, dass sie gar nicht mehr im Kosmetik-Verlässe-Sortiment zu finden sind. Auf alle Produkte im Online-Shop gibt ihr, bekommt ihr, kriegt ihr mit dem Code Claudie151515% Rabatt. Das finde ich total nett von Kosmetik-Verlässe, dass dort halt die Möglichkeit gegeben wird, dass ihr die Produkte günstiger nachshoppen könnt. Und ja, ich habe euch auch Links zu den Produkten in die Infobox gesetzt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das sind allerdings Affiliate-Links. Das heißt, da verdiene ich eine kleine Provision dran. So, wir starten einfach mal, wie das Ganze denn tatsächlich hier immer so ankommt. Also das ist immer ein schöner, sehr gut eingepackter Karton. Und dann hat man immer ein Kärtchen mit dabei. Also auch, wenn man halt regulär dort bestellt. Ich habe ja auch ein normales Kundenkonto dort. Und dann steht da halt immer drauf mit Liebe, verpackt von. In dem Sinne war es jetzt dieses Mal Veronika. Finde ich total cool. Hey Beauties, ihr seid die besten Kunden des Universums. Ne? Kompliment auch noch mit dabei. Finde ich großartig. Dann kann man halt je nach Bestellwert auch aus Proben auswählen. Ich habe meistens diese Chaya-Proben-Geschichten hier auch mit dabei. Das sind immer diese Dreier-Geschichten. Und Chaya ist eine sehr gute polnische Marke. Meine polnische Stiefmama in Spee kannte die halt schon ewig. Und ich habe auch was von Chaya tatsächlich mir bestellt. Und werde euch das halt auch demnächst mal etwas intensiver auch präsentieren. Ich starte jetzt mal mit einer ganz, ganz alten Bestellung, die ich bei Kosmetik-Fallers getätigt habe. Ihr erinnert euch bestimmt an die Disney-Kollektion, oder? Da habe ich mir dieses Bambi Body Scrub nämlich damals bestellt. Ich fand das so cool. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch die Preise zu finde. Mit Erdbeersamen und so. Und das wollte ich jetzt einfach mal, weil ich will es halt auch endlich mal verwenden. Euch zeigen. Habt ihr das schon ausprobiert? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Ja, ich bin da etwas spät dran. Dann habe ich mir von dieser LE auch diese Patch Maxi Blush Highlighter oder Blushlighter Geschichte geholt. Ich glaube bei uns. Der heißt ja Lucky oder so. Im Deutschen sage ich mal. Und das ist ja ein Blush. Definitiv. Ich fand den schon hübsch. Ich wollte schon irgendwie so von jedem Tier was haben. Aber natürlich mehr so Richtung die Hunde sind mir lieber als die Katzen. Ist klar. Deswegen habe ich hier auch bei dem Maxi Mud Face & Body Bronzer von Catrice Lady beziehungsweise Susi mir ausgesucht. Beziehungsweise dann auch gekauft. Schaut so aus. Und ihr kennt das aber alle schon. Es gibt ja so viele Videos schon dazu. Ja, ich konnte da in dem Moment halt nicht die Videos drehen, weil da war ich halt, ich glaube, recht frisch schwanger. Und ich lag halt nur auf der Couch. Mir ging es nur dreckig. Ich habe ja auch super viel, ja, ne, mich übergeben und keine Ahnung und habe auch super viel Gewicht verloren und so. Und da hatte ich etwas andere Sorgen. Und ja, deswegen habe ich leider das ein oder andere Mal aussetzen müssen. Falls ihr Bock habt, dass ich die Produkte dennoch mal mit euch zusammen austeste. Also diese, ne, Produkte aus der Catrice und Essence Sister Love Disney Collection. Schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Ich habe mir jetzt hier auch nochmal den Marie Bronzer mitbestellt. Ich wollte einfach mal in live vergleichen, wie das aussieht, weil ich habe es damals halt echt nicht mal in die Drogerie geschafft, um mir das halt anzugucken, welche Farbe da mehr so meins wäre. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Marie ist ja ein bisschen heller, aber dafür auch deutlich wärmer als der Lady. Also Susi, ne, so sieht man das, glaube ich, ein bisschen besser. Ich glaube, dass Susi Schrägstriche Lady, Gott, warum heißen die unterschiedlich? Weiß das jemand? Ich habe keine Ahnung. Genau, besser bei mir funktionieren würde. So, dann habe ich mir natürlich die Bambi-Palette geholt, weil Bambi einfach großartig ist. Silky Eyeshadow Palette. Und ja, die spricht mich halt auch von den Farben sehr an, weil ich ja gerne dieses türkisgrünbraune mag. Das ist schon so mein Schema, ne, also mein Beuteschema im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, mag ich gerne. Auch wenn die Geschichte von Bambi einfach so traurig ist und man das als Kind gar nicht so realisiert hat, wie traurig das eigentlich ist, ne. Ja, und dann habe ich mir natürlich auch noch die Miss Bambi-Palette bestellt. Also quasi die Frau von Klopfer, oder? Multi-Effekt-Eyeshadow Palette von Catrice. Das ist diese hier. Ist auch süß. Häschen sind schon süße Tiere, ne. Ja, und da haben wir halt auch schöne Töne drin. Ich bin sehr gespannt auf den Ton, also wie der auf dem Auge aussehen wird. Keine Ahnung. Echt interessant. So ein hellblau Schimmer finde ich geil. Das hier finde ich natürlich auch mega. Also so lila Looks stehen mir mit grün-braunen Augen tatsächlich auch richtig gut. Und ja, das ist eine Palette, wo ich sicher auch gerne zugreifen werde. Also wie gesagt, ich behalte die Produkte ja natürlich, weil ich sie auch vor Ewigkeiten schon gekauft habe. Die Frage ist jetzt nur, wollt ihr dazu auch ein Schminkie sehen? Und dann habe ich mir hier noch den Dumbo-Pinsel, ja, gestellt. Und ja, die Pinsel von Essence sind mal gut, mal nicht so gut, ne. Den würde ich jetzt eher als Zwischending, zwischen Foundation und Puderpinsel, ah, 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 mein Finger aua, bezeichnen. Würde Verpackung, hat mein Finger gefressen. Das kann schon weh, Leute, ne. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen wehleidig. Aber gut, ja, schön. Ja, der ist auch schön weich. Aber das ist für mich eher ein Foundation-Auftragepinsel, ne. Mhm. Komme ich auf jeden Fall mit klar. Freue ich mich drüber. Äh, ja, habe ich ja auch selber gekauft, weil ja auch nicht, ne. Keine Ahnung, manchmal bedanke ich mich bei mir selber, dass ich in der Vergangenheit Dinge gekauft habe. Schön. So, dann gab es auch von der ganzen Beine diese Mad Love Geschichte. Und da habe ich mir halt zwei Produkte von Joker und Harley Quinn geholt. Und das ist halt wirklich schon richtig lange her, ne. Einmal habe ich hier die Lidschattenpalette. Fand ich einfach, ähm, ja, von den Farben her cool. Und ich mag Harley Quinn. Ich finde die Frau so geil. Also die ist einfach witzig. Und die ist schlau. Und ich mag die. Und, ja. Die Palette ist bunt. Natürlich ist das eine Claudio-Palette. Ist klar, ne. Und, äh, ja, Joker und Harley Quinn finde ich tatsächlich auch deutlich cooler als irgendwie Batman und Catwoman oder so. Und, ähm, ja. Ne? Geil, Nomad. Und ein Lippie in der Farbe Mad Love. Ich glaube, das war so ein richtig schön dunkler Lippie. Auch von Revolution dann, ne. Ja, geil. Richtig geil. Echt. Feier ich total. Und, äh, Suicide Squad ist auch eine coole, äh, Geschichte, die ich mir, also Geschichte ist gut, ein schöner Film, ne. Ein interessanter Film. Ein cooler Film, den ich mir gerne reinziehe. So. Relativ aktuell haben wir hier auch die Catrice Limited Edition. Tropic Exotic. Ihr bekommt auch diese ganzen Limited Editions. Die es ja in den Drogerien gibt, auch bei Cosmetik for Less. Und da könnt ihr halt mit meinem Code Claudiswelt, ach Quatsch, Claudi, 15, 15% sparen. Und das ist halt echt cool. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt die Limited Edition direkt jetzt sofort haben wollt, sondern morgen, ne. Dann könnt ihr die gerne dort bestellen und, äh, halt auch noch sparen. Ich finde es immer ziemlich cool. Und hier habe ich halt den, äh, Pinsel einmal mir mitbestellt. Weil, wie gesagt, die Pinsel finde ich immer ganz interessant. Aber ich glaube nicht, dass ich den da auch als, ähm, Blushpinsel oder so verwenden werde. Muss ich echt mal gucken. Ja. Witzig. Tatsächlich finde ich, dass der Essencepinsel sich ein bisschen besser anfühlt. Wobei der hier jetzt oben etwas gerader ist, ne. Also schön finde ich den definitiv. Doch, damit kann ich schon Blush auftragen. Aber damit trägst du dann sehr viel Blush auf, ne. Was natürlich bei so einem Pinsel sehr geil ist. Du hast, ähm, die Möglichkeit, wenn das so ein Schimmerblush ist, wie wir hier ja auch in der Cheekpalette haben, ähm, dass du halt auch wirklich die Farbpigmente mit aufnehmen wirst. Und nicht nur die Schimmerpigmente. Weil das ist immer das Problem, was man halt bei normalen, relativ leicht gebundenen Blushbrushes hat, wenn man diese Schimmerblushes hat. Ja, den mag ich aber gerne leiden. Sodele Cheekpalette. Habe ich eben schon angesprochen. Die erinnert mich einfach total an die von Too Faced. An diese Naturally, keine Ahnung, hatte ich vorgestern noch in der Hand. Ähm, Natural, Natural, irgendwas. Weil das von den Fännchen her sehr ähnlich aussieht. Richtig witzig. Muss ich, ich hole die mal eben. Natural Face heißt die übrigens. Ja gut, die sieht schon extrem schön aus und ist halt auch extrem teuer. Ähm, aber... Da sind wir immer... Hm, Moment. Wenn ich mir die so nebeneinander halte, oder halt in dem Fall ja übereinander, ne? Da sehen wir schon, woher Catrice so die Ideen hat. Also dieses Goldschimmer, Hallöchen, Popöchen vom Hintergrund her. Dann, ähm, finde ich auch, dass die Töne sehr vergleichbar sind. Ich finde, dieser Tropic Like It's Hot, ne? Den wir ja quasi in der Too Faced Palette haben, äh, ist quasi die Inspiration für diesen Ton gewesen. Wobei man sagen muss, in der Catrice Palette vermisse ich persönlich so ein kleines bisschen einen matten Bronzer. Den haben wir hier gar nicht mit drin, ne? Wir haben zwar Highlighter, einen Schimmer, Blush und, äh, ja, halt einen Schimmer-Schimmer-Ton, der ein dunkler Highlighter ist. Oder halt einen Schimmer-Bronzer. Aber sonst, äh, ne? Ihr seht, was ich doch meine, oder? Die Ähnlichkeit. Weil das kam mir halt direkt in den Sinn, als ich die Palette, ähm, ich glaube bei Like It's Day sie in Spring gesehen habe. Als ich die quasi angeteasert hatte bei den Drogerie-Neuheiten oder bei den kommenden LEs. Und, äh, da musste ich halt direkt dran denken. Finde ich total cool. Übrigens sehe ich jetzt gerade erst, dass wir hier auch Tiere drin haben. Also Papageien sehe ich hier auch richtig. Ach was. Ne? Voll süß. Seht ihr die auch zum Beispiel hier? Ja, auf jeden Fall cool. Dann habe ich, ähm, mir noch die Eyeshadow-Palette bestellt. Und, ähm, da muss ich sagen, die erinnert mich zwar schon an die, äh, Tropic-Paletten-Geschichte, ähm, Bronze Away to Panama, das war die vom letzten Jahr. Ja, das war ein Reim, ähm, das war ein Reim, ähm, erinnert die mich schon optisch in erster Linie daran. Aber, aber wir haben hier tatsächlich schon einen bunten Ton mehr drin, ne? Ja, also hier geht die bunte Party definitiv mehr ab, was ich auch sehr, sehr gut finde. Ne, nee, wir haben sogar ein paar mehr bunte Töne drin. Und das ist etwas, was ich letztes Jahr auch ein bisschen moniert habe, was mir auch gefehlt hat, obwohl die Palette wunderschön ist, ne? Hier sehen wir mal die beiden, äh, die sind schon unterschiedlich, definitiv. Also da habe ich von vielen gehört, die gesagt haben, Mensch, die gab's doch schon mal, die ist doch total ähnlich. Ne, ne, also es sind schon unterschiedliche Paletten, es sind auch unterschiedliche Töne und die spricht mich schon an. Da habe ich auch Bock drauf, die, äh, auszuprobieren, die schreit für mich nach Sommer. Ich habe jetzt heute, äh, auch einen Look gesehen bei Steffi, ähm, die hat da echt einen schönen Look mit geschminkt, muss ich sagen, mit dieser Palette. Fand ich sehr, sehr cool. Und wir haben hier super viele Schimmertöne drin, vier matte Töne. Mag ich gerne leiden. So, dann habe ich letztes Produkt, was ich mir dann auch selber noch bestellt habe, mir, äh, iPads bestellt, weil ich liebe diese iPads in Pöttchen. Das sind einfach so nachhaltige Geschichten. Klar, du hast hier auch, ähm, dickeres Plastik, ne? Also was, was, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt so die Müllmenge einfach mal, müsste ich eigentlich mal auf einen Haufen legen, also quasi von 30 Augenpatch-Paaren in Relation zu einem Pöttchen, weiß ich nicht, ne? Weil du hast hier ja 60 Stück drin, also für 30 Anwendungen. Und hier habe ich mit, ähm, Jack Jamie Revolution Watermelon Hydrating Under Eye Patches mir bestellt, weil ich das einfach gut finde. Und das wollte ich gerne jetzt auch, gerade im Sommer, ich mag es einfach gerne, morgens mir dann sowas drunter zu machen. Und nicht nur, dass es deutlich günstiger ist, als wenn ich mir halt 30 Paar so selber kaufen würde, sondern irgendwie fühle ich mich damit auch, als wäre es nachhaltiger, muss ich ehrlich sagen. Und, ähm, ja, da kann man dann auch vielleicht jeden Tag oder alle zwei Tage das dann auch wirklich mal verwenden, ne? Ich finde es cool, bei mir ist es richtig die Puffing und bei mir bereitet es auch immer eine sehr große innerliche Freude. Und jetzt kommen wir zu den Produkten, die ich von, äh, Cosmetic For Less auch zugeschickt bekommen habe. Und, äh, da habe ich mir natürlich auch wieder andere Eye Pads ausgesucht. Und zwar Vegan Collagen Soothing Eye Patches, also quasi beruhigende Eye Patches mit Rosenblüten-Extrakt. Hier sind 60 Stück drin. Und das ist natürlich halt etwas, wo ich sagen muss, okay, das kann ich halt wirklich zur Beruhigung nehmen, wenn ich so geschwollene Augen habe oder, ne? Verquollene Augen. Manchmal habe ich das, ich bin schwanger, ich weine manchmal echt grundlos. Oder wegen irgendeinem Pups, das ist wirklich so. Und wache dann morgens auf und denke mir, ich muss aus der Welt und, äh, ja, das wird mir wahrscheinlich dann helfen. Und das hier sind dann eher so die Pads, die helfen werden oder Patches, wenn ich, ähm, halt einfach so Trockenheitsfältchen habe, ne? Mega geil. Dann habe ich noch, äh, drei Masken mir ausgesucht, wo ich, ich liebe Tuchmasken. Das ist jetzt einfach im Sommer sinnvoll. Packt die euch in den Kühlschrank, dann habt ihr da eure Freude mit. Und die sind halt auch echt erschwinglich, ne? Bei, ähm, Cosmetic for Less. Von Holika Holika Tea Tree, also mit Teebaumöl, ähm, Juicy Mask Sheet. Die soll beruhigend sein und die ist halt wirklich geilomat, weil du damit, äh, die Pickel bekämpfen kannst, ohne dass du da Inhaltsstoffe drin hättest, die jetzt in der Schwangerschaft nicht unbedingt genommen werden sollten. Da muss ich nämlich aktuell so ein bisschen mir meine Alternativen zusammensuchen. Und da gehört die auf jeden Fall zu. Ähm, dann habe ich gesehen, dass Aveline Cosmetics auch Masken hat. Das ist ja auch eine polnische Drogeriemarke, die wir ja auch bei, äh, Cosmetic for Less finden, was ich super geil finde. Ähm, denn die, die haben wirklich gute Produkte, ne? Ich habe ja schon mehrere Sachen ausprobieren dürfen und Wahnsinn! Zieht euch das einfach mal rein, das ist recht günstig. Mit einer krass guten Qualität, das ist echt unterschätzt, ne? Und, äh, ja, hier haben wir eine Aloe Vera Soothing Ampou. Das ist eine, äh, Calming and Refreshing Face Mask. Also quasi, du hast, äh, eine beruhigende Geschichte. Du hast eine, oh, ganz tolle, pflegende, feuchtigkeitsspendende Geschichte. Und das ist für mich perfekt für den Sommer. Das ist einfach genial. So, und als letztes habe ich mir, äh, eine Maske ausgesucht. Also ich habe gleich noch andere Produkte, aber als Maske habe ich mir als letztes ausgesucht. Auch von Holika Holika. Nourishing mit Shea Butter. Ich habe halt eine trockene, sensible Haut. Und durch die Schwangerschaft ist sie noch trockener, noch sensibler. Und da kann ich sowas einfach gut gebrauchen. Gebe ich mir dann entweder abends, nachdem ich, keine Ahnung, im Garten war. Oder, was auch immer, nachdem ich in der Hängematte gelegen habe, gebe ich mir das ans Gesicht und freue mich den Keks, weil ich das einfach großartig finde. Und, ja, die wird ausprobiert. Da werde ich euch auch von berichten. Und, ähm, ja, ne? Ne nährende Geschichte. Dann habe ich mir gedacht, okay, nicht nur mein Körper möchte genährt werden. Ach Quatsch, mein Gesicht möchte genährt werden, sondern auch meine Haare möchten genährt werden. Und da habe ich gesehen, dass Shea auch echt günstige Haarmasken anbietet. Und da möchte ich einfach mal die hier ausprobieren für euch und mit euch. Concentrated Strengthening Hair Mask ist das. Ähm, die soll Volumen geben, Feuchtigkeit spenden. Das ist halt auch von Shea. Und da bin ich einfach sehr, sehr gespannt drauf, ob Shea auch in der Lage ist, gute Haarpflege zu machen. Denn ich habe halt sehr trockene Haare jetzt im Sommer und in der Schwangerschaft halt noch intensiver. Das ist so krass. Also ich muss jetzt ja auch, ja, im Prinzip nur noch, äh, zwei, alle zwei bis drei Tage meine Haare waschen, weil die ja mittlerweile echt trocken geworden sind. Aber sie sehen gut aus, oder? Kann ich nix so sagen. Aber sagt man ja auch, ne? Das ist, kommt, ich bin im sechsten Monat schwanger. Natürlich kommt das irgendwann, dass die Haare dann auch gut werden. Mal gucken. So, hier habe ich auf jeden Fall die Hamaske drin. Da rieche ich jetzt so nichts raus, aber ich wollte sie jetzt ja bald in Anwendung nehmen. Deswegen mache ich sie jetzt mal auf. Ja, ist auch bis September 2024 haltbar. Das ist ja easy, ne? Oh, die riecht mega angenehm. Ich habe was Cremiges definitiv. Aber auch was leicht säuerlich-fruchtiges. Ich mag den Duft. Also das, das kommt mir auf jeden Fall sehr entgegen. Stärkendes Kaschmir-Protein und armer Randöl-Haarmasken-Konzentrat. Für normales, dünnes, feines und trockenes Haar. Glättet das Haar und stärkt die Haarstruktur. Revitalisiert, verbessert die Elastizität. Ich liebe dieses Wort. Ich habe so lange gelernt, Leute. Der Haare und beugt sprödem Haar vor. Schenkt natürlichen Glanz und erleichtert das Kämmen. Und das ist halt eine Sache. Ihr wünscht euch das ja auch immer von mir, dass ich halt Produkte austeste. Entweder aus der Drogerie oder die halt einfach auch für einen Kleingeldbeutel sind. Denn durch die Boxen und so habe ich die Möglichkeit, halt sehr hochpreisige Produkte mit euch zusammen zu testen. Aber manchmal ist es auch mal ganz cool, wenn ich etwas günstigere Sachen so ausprobiere. Und Jaya hat ja verschiedene andere Haarprodukte auch noch. Aber das wollte ich jetzt erstmal ausprobieren. Jaya hat aber auch Körperpflegeprodukte. Und da habe ich jetzt hier... Als ich das gesehen habe im Online-Shop, ne? Da saß ich vor meinem Laptop und habe so, ich weiß nicht, irgendein komisches Geräusch von mir gegeben. Und mein Freund guckte so um die Ecke. Der hat dann geschaut, ob ich noch ganz klar eine Biene bin. Und dann habe ich gesagt, Schatz, das ist ein Körperpeeling. Das ist mit Strawberry Fluff. Und der hat nur den Kopf geschüttelt. Ihr kennt das von mir. Marshmallow Sugar Body Scrub. Also Sugar ist schon mal gut. Ich mag sehr gerne einfach diese Zuckerkörper-Peelings. Das ist halt mehr so meine Welt. Und ja, dann halt mit Strawberry. Gott, das riecht so lecker. Oh! Ich darf es nicht essen. Das riecht wie so, ich weiß nicht, richtig geil. Das riecht wie richtig geil, Leute. Ich kann es euch nicht beschreiben. Es riecht hammermäßig nach Erdbeere. Oh, ich will da reinbeißen. Es erinnert mich an irgendein Erdbeerbonbon oder irgendwas geiles, erdbeeriges. Oh, riecht das gut. Ja, ja, Dienstag und Freitag. Das wird jetzt direkt in Anwendung kommen. Denn ich habe aktuell eins von Hugon. Ein sacken teures Vieh unter der Dusche. Was ich echt nur mit Widerwillen verwende. Aber das wird jetzt direkt, direkt in die Dusche gepackt. Und das hier kommt auch direkt in meinen Spiegel-Schrank hin. Das brauche ich. Ich war gestern noch im Garten und habe auch danach einfach gemerkt, ich habe zwar recht dick Lichtschutzfaktor und so weiter, aber ich brauche einfach etwas, was mir Liebe gibt, wenn ich aus dem Garten vor der Dusche raus und dann bin ich einfach so krass trockenflammenmäßig unterwegs. Holika, Holika, ihr kennt das alles. Hat dieses Soothing-Gel mit 99% Aloe Vera. Und das ist einfach ein Ding, Leute. Das müsst ihr im Schrank haben, weil das so geil ist. Das ist halt, wenn ihr zu lange in der Sonne wart, gönnt euch hart und cremt euch damit ein. Und das ist halt wirklich ganz tolles Zeug. Und es ist halt jetzt auch nicht sagt teuer oder so. Das ist halt eine erschwingliche Geschichte. Das ist K-Beauty, also quasi koreanische Beauty. Glaube ich. Ja. Holika, Holika ist auf jeden Fall eine koreanische Marke. Und ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren unsere echte Aloe Vera geplündert habe, also die musste leider draufgehen dabei, als ich mich halt so hart verbrannt habe. Und es ist halt immer praktisch, sowas im Schrank zu haben. Das hält sich auch eine Weile, ist bis 30.09.24 haltbar. Und ich kann das gut gebrauchen. Das werde ich auch dann irgendwann leer kriegen, weil das einfach ein Produkt ist, was ich immer wieder brauche, weil ich so trockenflammenmäßig unterwegs bin. Und das waren jetzt die Produkte, die ich einerseits über die Zeit bei Kosmetikvolles bestellt habe und zum anderen auch zugeschickt bekommen habe. Schreibt mir gerne mal, ob ihr eins der Produkte schon mal ausprobiert habt und wie ihr das so fandet. Oder bei den dekorativen Kosmetikprodukten, was ihr auf jeden Fall in Anwendung sehen möchtet. Ja. Oder wo ihr bei den Pflegeprodukten meine Review zu hören möchtet. Das kommt dann im Aufgebrauchtvideo irgendwann mal diese Tage. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Kosmetikvolles Haul. Und wenn dir mein Video gefallen hat, denk auf jeden Fall erstmal an den Claudi15-Code, der dir 15% Rabatt gibt. Und dann, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.